Der schnellste Mann in Wien am heutigen Tag beim 32. Vienna City Marathon ist jetzt bei mir, C.C. Lemmer. Gratulation natürlich zuerst. Wie geht es Ihnen jetzt nach diesem Rennen? Ich bin sehr glücklich, diesen Marathon gewonnen zu haben. Ich bin zum ersten Mal hierher gekommen. Die Leute in Wien sind natürlich sehr nett und freundlich, wenn wir da laufen. Ich sage immer Hop Hop. Sie haben mich natürlich sehr angefeuert, sehr viel Moral geliefert fürs Laufen. Die Straße ist sehr gut zum Laufen hier in Wien. Es sind keine Berge, es geht nicht so auf und ab. Schön flach, man kann Gas geben. Die Luft war auch sehr gut heute für uns Läufer. Ich komme nächstes Jahr sicher wieder. Danke allen. Wie schwierig war es, die längste Zeit allein laufen zu müssen ohne Pacemaker? Das Ziel war zwei Stunden 6.35 Uhr zu laufen und er wollte eigentlich, dass es schneller geht. Und dann war der Pacemaker. Der Pacemaker ist 3.05, 303. Und dann geht er. Und dann bin ich weggegangen. Und dann bin ich weggegangen. Nein, es ist nicht für mich gelaufen, wie ich das wollte. Dann bin ich alleine gelaufen. Und dann bin ich auf alle. Ich bin auf alle. Ich gratuliere allen. Danke allen. Danke auch. Enjoy your victory ceremony. Danke. Okay. Er freut sich natürlich sehr. Zum anderen, Michael hat er, wenn ich es richtig übersetzt habe, schon auch Kritik geübt an den Pacemaker, die zu langsam gelaufen sind. Von Beginn an. Ja, die konnten aber nicht mehr. Also, ich meine, die waren bei Kilometer 10, 11 draußen.